So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO auf meinem Kanal. Ramses, der Digge, und jetzt eben haben wir gerade noch K... 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 Wo? Graudon. Wir haben ja noch Graudon-Raids gestreamt. Eigentlich wollte ich 18 bis 23 Uhr, aber ich habe ja eh Besuch da. Es war ein bisschen ruhig, aber wir haben mit Thomas gechattet. Es war richtig chillig, richtig angenehm, coole Gespräche, cooler Chat, alles übersichtlich. Während des Streams kam schon die ganze Zeit. Ramses, hast du schon gesehen? Kapuno Sea Day im Juni. Deswegen haben wir den Stream jetzt auch ein bisschen eher beendet. Wir haben ja Samstag, Sonntag noch mal Zeit für Graudon-Raids, für Zuschauer. Raids zu posten, Raids zu hosten, ein bisschen zu labern, zu chillen. Hauen jetzt hier das Infovideo noch raus. Die Daten, das Datum, Juni, Juli, ist ja schon alles bekannt gewesen für den Community Day. Jetzt wisst ihr das Pokémon Kapuno. Kapuno ist an sich eigentlich ein seltenes Pokémon. Jetzt gab es aber viele Events, wo das dann schon öfters da war. Man konnte das dann auch immer aus Eiern brüten. Es wurde vorher auch schon als Shiny eingeführt, was ich dann immer ein bisschen schade fand, weil ich habe den Community Day immer damit verbunden, dass ein Pokémon vermehrt auftaucht und als Shiny eingeführt wird. Und du dich immer freust, dass du wieder ein neues Shiny kriegst, was dann am besten noch gleich zwei Weiterentwicklungen hat. Noch eine exklusive Attacke. Du Bonbons farmst. Bei Kapuno ist es jetzt leider wieder so. Ich habe die Shiny-Familie schon voll. Ich habe einen Trigefalo auf Level 50 gezogen. Ich habe die 300er für den Living Decks alles. Also für mich wäre der jetzt nicht so interessant. Trotzdem seltenes Pokémon. Und viele brauchen natürlich noch das Shiny. Trigefalo an sich ist, glaube ich, auch ein guter Unlichtangreifer. Als Drache vielleicht jetzt nicht so brutal, aber als Unlichtangreifer kann man den sicherlich auch mal benutzen. Das Ganze findet natürlich wieder am Samstag, den 25. Juni statt. Von 11 bis 14 Uhr. Das ist ja auch immer so ein Ding. Mal ist es von 11 bis 14, mal ist es von 14 bis 17, mal ist es an einem Samstag, mal ist es an einem Sonntag. Schreibt es euch jetzt aber auf. Samstag, 25. Juni, 11 bis 14 Uhr. Kapuno Community Day. Das ist hier übrigens Flat Eric. Wer den noch kennt. Pokémon des Tages. Kapuno erscheint häufiger in der Wildnis. Mit etwas Glück auch schillernd. Exklusive Attacke für Trigefalo. Wirbler. Trainerkämpfe 65 Schaden. Arenakämpfe, Raidkämpfe auch 65 Schaden. Jetzt steht hier. Entwickelt während des Events. Oder bis zu 5 Stunden danach. Damit das Trigefalo die Ladeattacke Wirbler erlernt. Ist, glaube ich, auch neu. Oder gab es das beim letzten schon. Ganz früher war es, du musstest es im Event-Zeitraum entwickeln. Also 11 bis 14 Uhr. Dann hieß es, eine Stunde danach kannst du es noch entwickeln. Für die Attacke. Dann waren es 2 Stunden, die du das noch hast bekommen. Und jetzt steht hier bis zu 5 Stunden. Mach doch halt einfach. Egal wann ihr es entwickelt. Ihr kriegt dann trotzdem noch die Attacke. Dann werden die auch nicht mehr so selten. Ansonsten Event-Boni. Eier, die während des Events in die Brutmaschine gelegt werden. Schlüpfen 4 mal so schnell. Bewegt euch also viel. Es gibt doppelte Fangbonbons. Lauft viel rum. Bewegt euch viel. Rauch hält wieder 3 Stunden an. Während des Events und bis zu 5 Stunden danach. Könnt ihr einen zusätzlichen Spezialtausch durchführen. Maximal 3 an diesem Tag. Während der Jahreszeit, die wir gerade haben. Gibt es ja 2 Spezial-Trades pro Tag. Dann einen zusätzlichen. Also dann 3. Doppelte Chance auf XL-Bomoms beim Fangen von Capuno. Lockmodule halten 3 Stunden lang an. Schnappschüsse. Eine Überraschung erwartet euch, wenn ihr Schnappschüsse macht. Und jeder Tausch kostet während des Events und bis zu 5 Stunden danach 50% weniger Sternenstaub. Capunus hin und her tauschen kann man machen, wenn man noch kein gutes hat. Oder wenn der Lucky Eintrag noch fehlt. Brauche ich eigentlich auch nicht. Da spare ich mir den Staub. Die Fotobombs vergesse ich sowieso meistens. Rauch und Module sind ja eigentlich so gut wie immer jetzt 3 Stunden aktiviert. Der zusätzliche Spezialtausch ist natürlich interessant. Und wer halt gerne Eier brütet, kann das auch damit verbinden. Doppelte Bonbons, mehr XL. Ist eigentlich für jeden was dabei. Leider gibt es kein Sternstaubboni. Dass es vielleicht 3-fach Staub oder so gibt für das Fangen. Dann hätten noch mehr Leute vielleicht Interesse. Boni für Gruppen. Arbeite zusammen, um zusätzliche Boni freizuschalten. Wenn bei einem Pogestop mit Lockmodul genügend Pokémon gefangen werden, erscheinen wilde Duodino in der Nähe dieses Pogestops. Gab es so an sich auch noch nicht? Dass man dann während des Sea Days nicht das normale Pokémon, sondern schon die Entwicklung davon direkt fängt. Und jetzt, das haben sie ja immer so. Geht auf einen Haufen, geht an einen Stopp, fang da viel. Da wurde dann der Staub letztens, der Fangstauber erhöht. Jetzt wird eben dann gemacht, dass die Weiterentwicklung davon vermehrt spawnt. Da steht auch noch was mit Bonus-Raid-Kämpfe nach dem Community Day von 14 bis 19 Uhr. Also diese 5 Stunden, die es danach gibt, wo ihr noch die Attacke bekommt. Wir haben tolle Neuigkeiten für euch. Beim Sea Day im Juni ist der Spaß nach dem 3-stündigen Event noch nicht vorbei. Im Anschluss könnt ihr euch besonderen Raid-Kämpfen der Stufe 4 stellen. Früher gab es ja auch immer Stufe-4-Raids. Mittlerweile waren die abgeschafft. Wenn ihr siegreich aus einem Kampf hervorgeht, erscheinen im Umkreis der Arena 30 Minuten lang weitere wilde Capuno. Äh, wäre für mich jetzt nicht unbedingt so ein Anreiz, dass wenn du 3 Stunden Sea Day zockst und alles fängst, du dann Raids machst, wo du Pässe ausgibst, die wieder Geld kosten. Du Geld reinpulverst für Raids, um dann nochmal Capunos zu fangen. Das ja jetzt mittlerweile auch nicht mehr so selten ist und es direkt sein Sea Day hatte. Weiß ich nicht, wer das macht. Finde ich ein bisschen unnötig eigentlich. Die Community Day Boni in den Abschnitten Event Boni und Gruppen Boni gelten jedoch nur für den 3-stündigen Event-Zeitraum und Raid-Kämpfe der Stufe 4, während dann auch Duo Dino. Duo Dino erscheint in Raid-Kämpfen der Stufe 4. Für diese Raid-Kämpfe könnt ihr nur Raid-Pässe und Premium-Kampf-Pässe einsetzen. Fan-Raid-Pässe können nicht verwendet werden. Warum sollte man aber, wenn man jetzt sowieso rumläuft und die ganze Zeit... Jetzt habe ich den Namen vergessen. Capuno. Wenn ihr die ganze Zeit rumläuft und Capuno fangt und bestimmt 50 Stück danach entwickeln könnt, so Duo Dino, warum solltet ihr dann 5 Stunden lang danach Duo Dino Raids machen, um dann wieder Capunos zu kriegen, die ihr fangen könnt. Also irgendwie sehe ich da jetzt keinen Anreiz da. Werdet ihr raiden? Schreibt es mal in die Kommentare. Bonus für den Sieg in Raid-Kämpfen der Stufe 4. Wenn ihr Duo Dino in einem Raid-Kampf der Stufe 4 besiegt, erscheinen wilde Capuno 30 Minuten lang in einem 300 Meter Radius um die Arena herum, in der der Raid-Kampf stattgefunden hat. Mit Glück begegnet ihr sogar einem schillernden Exemplar. Obwohl ihr das ja eigentlich übers Capuno sowieso entwickeln könnt und am C-Day man ja eigentlich eine erhöhte Shiny-Rate hat und keiner ohne Shiny da rausgeht. Also dieses Raid-Feature ist für mich eigentlich völliger Schwachsinn. Spezialforschung zum Community-Day, Feldnotizen Capuno. Für 1 Dollar kann man sich natürlich wieder eine Spezialforschung freischalten. Bleibt dran, damit ihr den Beginn des Ticketverkaufs für die Spezialforschung nicht verpasst. Denkt dran, dass ihr auch ein Ticket für die Spezialforschung zum Community-Day an Freunde verschenken könnt. Hat ja beim letzten Mal auch der Henry, war das glaube ich, ja. Henry hat das C-Day-Ticket gekauft für mich und mir geschickt, sodass ich mir das selber nicht kaufen konnte. Fand ich cool, als ich das mitgekriegt habe, habe ich auch ein Screen gemacht und habe das dann auch in die Raider-Mittwoch-Folge mit reingepackt. Und Chefe meinte auch schon, er hätte das auch gekauft, aber er konnte nicht mehr, weil ich schon eins hatte. Vielleicht ist es dieses Mal ja wieder so, dass jemand aus der Community sagt, oh, ich will derjenige sein, der diesmal einen Euro investiert, um den Ramses das Ticket zu schicken, dass dann dort steht, dass ich ihm das Ticket gekauft habe. Also so könnt ihr mir theoretisch eine Freude machen und wenn man das mitkriegt, erscheint ihr nochmal irgendwo, man kann sich dabei bedanken. Ist also eigentlich eine coole Sache, gerade auch bei YouTubern vielleicht. Viele werden auch bei Sabrina ein Ticket kaufen wollen oder bei Spieletrennen oder bei Melanie oder sonst was. Das finde ich eigentlich ganz nett und einmal im Monat einen Euro zu investieren, um jemand anderes eine Freude zu machen, ist jetzt nicht der Weltuntergang, ja. Es gelten bestimmte Einschränkungen, das Verschenken ist nicht möglich, wenn der Empfänger bereits ein Ticket für die Spezialforschung gekauft oder geschenkt hat. Ist ja eigentlich klar, ein Euro, egal. Fragt nicht immer, was ist da drin. Ein Euro sollte jeder übrig haben und investieren für euer Hobby einmal im Monat. Die Belohnungen, die Items, die es da gibt, lohnt sich sowieso meistens. Dann gibt es natürlich wieder neue Sticker und es gibt diesen Capuno-Hut, den man eigentlich aber schon mal bekommen hat aus einer Forschung. Wer die nicht gemacht hat und den Hut nicht hat, könnte sich jetzt diese Mütze für 150 Poggemünzen kaufen. Ansonsten war es das alles. Sticker habe ich eh noch nie drauf geachtet, den Hut habe ich schon. Ich gehe mal davon aus, dass mir jemand das Ticket kauft, ja. Mal gucken, wer es diesmal ist oder wer es diesmal schafft. Ansonsten würde ich es mir natürlich selber kaufen. Raids werde ich ignorieren. Ich würde wahrscheinlich wieder ganz gemütlich streamen oder vielleicht von unterwegs streamen. Man könnte ja auch unterwegs streamen, wenn das mit dem Handy passt, eine Stunde und den Rest einfach so spielen. Wäre auch eine Möglichkeit. Oder drei Stunden von zu Hause aus, aber ich glaube, zu den jetzigen Zeiten sind nicht mehr so viele Leute dann zu Hause und spielen dort, sondern sind auch unterwegs. Also guckt ja eh keiner den Stream. Also, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das Pokémon jetzt nicht so krass für mich, da ich da jetzt schon alles sub. Schreibt mal runter, was braucht ihr noch? Braucht ihr noch einen Hunder oder braucht ihr noch einen Shiny? Freut ihr euch auf das Pokémon? Wie findet ihr das Pokémon? Wie findet ihr die Boni? Und, ja. Seid ihr unterwegs? Macht ihr gemütlich? Oder werdet ihr richtig reinzuchten? Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses.